Da reicht's hin in der Ecke. Yes, sir. Ah, hier drin sind wieder zwei Lockers. Lass mal das hin nachher vielleicht dann. Erstmal das da vorne. Ne, ne, wir drillen da vorne. Da ist auch was zum Aufm... Da kann man auch irgendwo rein. Da kann man auch irgendwo rein? Ne. Doch. Nein, ist einfach nur so an der Wand. Nein, da kann man irgendwo rein. Nein. Klar. Oh, oh. Ich würde sagen, einer nach vorne, einer nach rechts, einer nach links. Sneaker Aliens? Da kannst du so rein. Für jeden Fall schaut man da hinten an beim Sternen-Sendel aus. Was meinst du mit Sneaker Aliens? Sneaker. Du hast die Explorer, oder was? Ja. Was macht sonst Explorer? Da kommen welche, da kommen ein paar. Maniacs hießen die doch. Da kommen die Maniacs. Achtung, Maniacs, Maniacs. Oh, toll. Komm mal. Warum steht der auch so weit vorne? Keine Ahnung. Ich wollte schon alle killen, wenn sie spawnen. Toll. Ich habe die Hilfe auch abgekleidet, wenn sie spawnen. Aber da kamen woanders her, noch welche. Die waren nicht von da vorne. Ja, von links kamen woanders her. Lass das mal den Papa machen. Ich habe das mal. Okay. zu mehr so ein das war so 2 Euro ich hab ihn abgewürft kann sich jetzt auch noch teleportieren oder steht er nur da rum ja steht nur rum jetzt da ein anderer anderen Arbeitgeber hat er keinen Bock mehr zu Recht konnte mir nicht vorderen der Sturmwerke im Büro in so einem Laden ne, da scheißen sie dir auf den Kopf und du bedankst sie doch für den Hut ich fand, bester Spruch ja dann kommt noch so ein Blauer glaub ich, oder? war der schon? der war schwach glaub du bist erst der, ja, zum Blau ja, lebt mal ich dachte, der wär auch schon tot lass das mein Papa machen, der Papa macht das gut ja, kommt jetzt auch die Musiker oder was? das war die Musik von Stromberg hat die ganze Zeit gesungen, der Christoph Maria Herbst was für ein Name auch, Christoph Maria Herbst sieh, komm mal durch, sag ich doch ich find ihn cool so klar, dass man alles vorhin kommt aber so abzusehen aber Micha, das steht ja die Ahnung ja ja war auch klar das ist der Skorpchen, alter ähm so ja, was geht denn? man, hätten wir mal den zweiten Skillpunkt bekommen, Marvin Olli haben wir's verkackt jo weil der sich nochmal zurückzieht und nicht direkt abknallt, ey ja, mach das immer auch kommt man nicht so durch, ey, da kommt man doch mal so durch, ey da kann ich mich so mal, da kann ich mich dreimal durchquetschen, ey naja, okay, das sollte man schaffen lass das mal den Papa machen der Papa macht das gut wir haben so ein bisschen Ammo bitte? wir haben so ein bisschen Ammo also ich hab' noch, braucht ihr? ich hab' ich noch na dann da ist aber jemand müde hier ey, Buster, vielleicht kommen wir jetzt noch in ein neues Blackpack für Black Ops 2 oh, das ist ja epic nein, nicht für Black Ops 2, für World at War nochmal das wär' nicht epic das wär' so epic, ne, da würd ich mich so, da würd ich so feiern, ne, ist der Hammer, ey aber wieso, wieso für World at War? weiß nicht, weil da die ganzen Zombie-Maps waren ne, ne für Black Ops 2 und ne neue Grief-Map naja, scheiß auf Grief, mach lieber ne neue World at War Map ich dachte, Black Ops 3 wird sowieso richtig kacke von Zombie-Modos, ja äh, wird so epic das wird so scheiße, ne wir müssen noch ein Jahr mehr Zeit haben ich glaub, das werd' ich bestimmt so fünf Minuten spielen ja, ja mit so Rhyno tatsächlich Rhyno, der kommt aus dem Ding da raus lass' das mal den VH machen halt, und dann hier kommen die kleinen Maniacs die schießen schon immer Sieker die rufen ja Maniacs, wenn die ankommen für die Soldaten sicher? ja hm, I don't know 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 ähm, Ammo hm, haust' ich schon wieder oder war ich noch Pistil? ne, Pistil hab ich noch ich bin down auch, ich kann gar keines war grad von Black Ops 2 angewendet und 360 Revive geht aber hier nicht hm hm so, also ihr braucht Ammo, ja? ja ja der hat noch ein bisschen Pistil Explosive, aber Stimmt, wir müssen aufpassen, Leute, wir dürfen sich auch noch 50 kommen lassen Ich reparier mal schnell Ist wichtiger, als wer auch immer da grad down ist, aber ich bin auch gleich down Was hier abgeht, ne, das ist der Hammer Ja, Mann Alla, jetzt Ruhe Jetzt ist Ruhe hier im Bumsack Oli, renn weg, renn weg Nicht verrecken, ich muss nur warten, bis die Runde zu Ende ist und dann noch ein paar Zellen ins Klingeln Oh, Oli ist orange, das ist kein gutes Zeichen Jetzt ist er wieder gelb Oli, schnell, ist nicht mehr viel, oder? Ich hab noch 5 Sekunden Oh, da ist Micha, da ist Micha 2 Sekunden, ja 2 1 Schnell AHHHHH Revive me, please Ma, ich hab auch keinen Unterschied, oder? Ja, weißt du, gell? Jetzt kannst du nicht mehr ballern, aber Wo ist da jetzt der Unterschied gewesen? Du, auf die Tür wieder Hab ich 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 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 6 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 5 9 10 10 10 10 10 Die sneken immer rein, deshalb heißen sie so, ne? Was ist jetzt hier? Die sneken immer ins FBI Das ist im FBI-Anfonds Wir wollen wirklich, 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 wirklich Wann be quiet, wenn die Linie stand Der erste Schritt, rein rein Ich kenn mittlerweile alles auswendig, hey So oft gespielt, die Mission Ah, ich hab's geschafft, Buster, ne? Also... Hast du alleine, oder was? Ja, Oli hat's ja auch schon geschafft Diese Scheiße da halt mit Dings hier, Achtung, Xikas, Achtung! Doch, ja Wieso hast du's noch nicht bekommen? Mit Oli? Diese, ähm, hier, da zwei Dinger Ich hab's alleine gespielt, weil's nicht schneller geht, da brauchst du ja keinen, das ist ja eh, geht's eh nur um Lack und so Das ist mal neustarten, Daik, ohne dass du reichen musst Ja? Jo Oh, so Auf jeden Fall hat's ewig gedauert, ich hab bestimmt 10 Stunden lang gespielt, okay, 10 vielleicht nicht, sagen wir mal 8, aber Ja, ist ja nicht so, dass es auch übelst viel ist Bitte? Ist ja nicht so, dass es dann auch immer noch übelst viel ist Ja, ja Für einen scheiß Trophy Ja, der hat irgendwie auch ein bisschen Bock gemacht Oh, kann ich mir vorstellen, aber... Aber irgendwie auch nicht so richtig Kann ich mir auch vorstellen Kann ich mir auch vorstellen Wenn's einfach, wenn's einfach nur auf Flak basierendes Mit Trophy Das ist so dumm Jo Aber jetzt fehlt das Jimmy Jenkins, ne? Fick dich, ey Haha Stimmt Ja Aber jetzt fehlt das noch so ne Dumme mit dem, mit dem Escapen, wo auch schon wieder so... Was? Äh, hier! Emo! Was ist ein Doktor? Was mit Escapen? Escapen hier mit den, mit den Baxter, 8 Escapen, das ist auch so ne random Trophy da und man muss halt immer so ne Flucht halt kriegen Muss halt jedes Mal 8 Taschen machen und man muss halt Glück haben, dass genau die passende Flucht kommt Das dauert einfach jedes Mal ne halbe Stunde Und vor allen Dingen das Lustige ist, bei dieser Mission hängt sich die Konsole total oft auf Voll Also wirklich, bei Payday 2 war ja sonst ok Aber da hat sich die Konsole so oft bei mir, also bei mir noch viel öfter als bei Oli irgendwie Naja, egal Aber irgendwie reiztab ich jetzt trotzdem, bei Payday 2 Platin zu bekommen Weil einfach so ein geiles Spiel ist Was fehlt da noch alles so? Was fehlt da noch? Wer fehlt da noch? Das? Äh, das mit dem Escape und auch mit dem 100, Tom Ja Ja, wir sind 100, da seid doch schon schon bald, aber Wir sind 82 Was? Ich dachte das auch täglich, mindestens 10 Stunden Ja, täglich den schon Ja, aber das Problem ist, du kriegst halt nix, wenn du halt, ähm, dann, ähm, die Konsole freest von dem Host Dann passiert ja nix Naja, klar, aber Und wenn wir jetzt Firestarter spielen würden, dann wären wir ja auch innerhalb von ein paar Stunden, wären wir dann der mit 100, aber Was labert die? Ein paar Stunden würdest du auch noch lange verbrauchen Ah, was geht das denn da eigentlich? Hörte die Frau nicht? Doch, doch, doch Was ist das denn jetzt? Was denn? Soll ich mal einen Sandvigern wegtragen und wenn du blöde SVU kaufst, mal eine schöne Waffe weggelegt? Tja Das guckst du auch direkt Und die Sandvigern trotzdem nicht aufheben, ist die von euch oder was? Kann sein, ich hab eine gestellt vorhin Ah, ich hab vorhin genau da auch einen hingestellt, wo stellt ihr auch einen hin? Gut, Micha, mach's dann nächstes mal nochmal, bitte Aber direkt nicht mit der Waffe Micha, wo kriegst du? Du kriegst ja so einen langen Weg Weil ich da nicht hoch kam mit dem Ding Warte mal, was soll ich, ach so, ähm Ist das schon die Mortar-Skill oder? Ach, ich mach's von das hier Ja Ja Stay in circle and kill Loll Stay in circle? Ja, wir sollen uns im Kreis stellen Äh, Oli, komm hoch Wie im Kreis stellen Einer nach vorne, einer nach hinten, einer nach rechts und links Einfach nur Baller Das ist ein Rhino, da hab ich gerade den ganzen Weg hochst Rhino Ach, was mach ich da? Ich mach mal ein bisschen Randalen machen mit Mortars Okay, jetzt ist Stay in circle Was ist denn das? In welchem Circle denn? Och, Mann, soll in nem Kreis stehen Micha Ja, aber was soll das denn? Wie dumm ist das denn? Da steht immer Sach-Circle und nicht irgendeinen Circle Ich denke, ist mich hinter gemeint Ja, wie, was soll das denn? Kennst du nicht aus irgendwelchen Filmen? Einer guckt nach vorne, killt die Gegner, einer guckt nach hinten, killt die Gegner rücken an rücken What the fuck, Micha, ey Das ist echt Schon wieder nur einer, übertreib, übertreib Stay in the circle, na egal Nicht Stay in the circle, Stay in circle Da stand Stay in the circle In, Sir Dann ist halt so Da stand Sir Da stand Sir Na und? Steh im Kreis Ja, aber das ist für mich, wenn da Sir steht, ist das ein bestimmter, wo wir hinlaufen müssen und dann müssen wir da drin stehen Das Ding, der vormarkiert wurde und dann rumballern Das Ding, der vormarkiert wurde und dann rumballern Das Ding, der vormarkiert wurde und dann rumballern So ein Scheißkreis ist Dünün, vormarkierten Ding halt Das wird keinen Sinn machen Ja, das macht auch so keinen Sinn Tja Hast du bei ich? Egal Egal Ja, gut, du hast das vorhin Night, ne wie hieß das Nightfall Ja, Nightfall, vielleicht zocken wir wieder nochmal, naja So viel reizt mich jetzt, ich sing schon da doch nicht mehr Warum? Aber hab ich gedacht, ach, ja, keine Ahnung Grievous ist das Beste, Mann Payday ist das Beste, Mann Payday ist ja ruhig und Payday Ja, Junge, Payday 2 ist einfach so geil, ne? Das ist Gayday Das ist total da, Mann, das Spiel Na gut, da warst das hier vor Nightfall und äh Demin, es war Downfall bei Call of Duty, äh, Bolted War Nö Nö Eisgeil Nö Nö, mach mal nicht Egal, das war's davon, man sieht sich Gute Nacht In einem weiteren Video Ciao, ciao Bäh